hallo und herzlich willkommen zu der aktion der vorbörse wie immer mit dem blick in die usa am nachmittag auf den dow jones der heute wohl etwas schwächer in den handel geht bevor wir aber in die usa schalten gehen wir noch mal kurz nach frankfurt zu unserer korrespondentin franziska schimpke die uns einen kurzen überblick über die ja den heutigen handel gibt franzi wie schaut es aus sind die händler und dann noch mehr auf in urlaubsstimmung oder gibt es schon größere nachrichten die den kurs die kurse bewegen wir sehen schon deutlichere gewinne bewegungen so ist es richtig gewinne haben wir am freitag noch gesehen vor dem langen vor dem langen pfingstwochenende da hatten wir auch noch mal neue rekord höchststände über der 12.800 punkte marke damit ist es jetzt aber vorbei wir sind heute hier sogar schon unter die 12.700 punkte marke gerutscht das heißt wir sehen zum auftakt in diese verkürzte handelswoche tatsächlich rote vorzeichen das auch relativ deutlich ein prozent ist der dax im minus bei 12.600 und 99 punkten was ist da los ist es die politische unsicherheit die aktuell hier übers parkett weht und zwar das thema katar wir haben das thema usa und wir haben die parlamentswahlen in großbritannien am donnerstag dann auch noch die ezb leitzins entscheidung da will man jetzt erst einmal nicht weiter hier groß einkaufen gehen lufthansa top favorit die aktie ist auf jeden fall weiter im steigflug da gab es gute unternehmens aussagen auf dem treffen des internationalen luftfahrt verbandes die nachfrage in den usa und china ist besser als gedacht rwe gefragt auch die kommerzbank nach jeweils einem positiven analysten kommentar ansonsten bonovia und die deutsche börse vorne hinten hingegen der automobilkonzern volkswagen die munich reaktie thyssen bayern und die deutsche bank also zykliker mit darunter finanztitel mit darunter aber auch ein defensiver wert wie eben bayern schwächer aktuell unterwegs danke franzi für den überblick das hast du sehr prima gemacht sollte ich ja sagen nicht also gut damit können wir auch an die us börsen kommen der rau jones dürfte wie gesagt etwas schwächer in den handel gehen franziska schimper hat ja die gründe genannt sind vielfältig vorwiegend geopolitischer natur beziehungsweise politischer natur insofern dürfte es wie gesagt schwächer in den handel gehen die impulse kommen erst im laufe der woche insofern gucken wir erstmal auf die einzelstorien ist was die markttechnik betrifft hier ist eigentlich das kaufsignal das der dow jones geliefert hat noch intakt allerdings fehlt es an anschlusskäufen die nicht stattfinden aus aus genannten gründen eben und es kann durchaus sein dass wir dieses signal vielleicht noch mal egalisieren aber ich gehe nicht davon aus dass wir eine größere schwäche sehen werden man muss natürlich warten wie die weiteren impulse jetzt werden aber grundsätzlich sieht die der rahmen ganz gut aus ist in einem intakten aufwärts trend insofern gibt es aktuell keinen grund so größere sorge bei den einzelstorien gibt es news by blackberry da hat man den kunden toyota verloren das hat zunächst etwas für irritationen gesorgt die aktie ist etwas schwächer unterwegs gewesen das unternehmen selber relativiert das ganze es geht ja vorwiegend um die tochter cure nix darüber haben wir im aktionär schon berichtet die eine software für autonome fahrzeuge im portfolio hat die ja sehr stark genutzt wird entweder beispielsweise setzt auch darauf toyota hat sie jetzt allerdings für eine open source lösung entschieden allerdings vorwiegend im bereich infotainment also die einbindung von telefon und unterhaltung insofern denke ich dass das wachstumsthema autonomes fahren was qnx ja hier auszeichnet eher weniger tangiert wird also die aktie trotzdem noch relativ stark unterwegs und ich glaube nicht dass es zu einer größeren schwäche führen wird insgesamt dürfte der aufwärts trend hier sich fortsetzen und mögliche schwächen die wir vielleicht nächsten tagen aufgrund dieser meldung jetzt sehen werden sind für mich letztendlich kaufkurse ich denke dass wir doch noch recht deutlich höhere kurse sehen werden aufgrund eben der guten zukunftsaussichten von qnx der attraktiven tochter von blackberry bei tesla gab es ebenfalls kleinere news man verkauft jetzt wieder in nevada solarpanels für die dachintegration nachdem man juristisch wieder vorangekommen ist dort man hat ja da wurde er die 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 abnahmeverpflichtung erstmal aufgehoben von der juristischen seite her von dem regulator insofern das wurde jetzt relativiert die aktie mit einem neuen hoch unterwegs nicht unbedingt wegen dieser meldung aber die aktie läuft weiter wie am schnürchen nach oben nach einer recht längeren konsolidierungsbewegung für mich nach wie vor zu teuer sie läuft aber trotzdem wie gesagt aufwärts trend ist völlig intakt von der markttechnik her absolut ein brillantes bild insofern wer dabei ist sollte sich gerne freuen allerdings sind wird auch mit einem stopp nach unten absichern bei apple gab es eine kleinere kooperation mit green dort nachdem man ja gestern auf der developer konferenz zum einen die payment lösung bekannt gegeben hat die ja jetzt grund oder basis dieser kooperation ist green dort ist ein anbieter von prepaid karten den man jetzt zusammenarbeitet die aktie habe ich schon heute morgen gesagt ist weiterhin aufwärts trend es kann durchaus sein dass wir hier nochmal eine kurzfristige schwäche sehen werden wenn der markt etwas schwächer läuft im bereich von 130 ist der wert aber absolut wieder kaufenswert grundsätzlich gab es auch zuletzt jetzt neue analysten kommentare die jetzt kurzziele von 170 dollar sehen insofern von der analysen seite hier absolut grünes licht von der markttechnik ebenfalls also wie gesagt 130 euro wäre für mich nochmal eine gelegenheit zum einstieg interessant wird es heute auch bei journal motors da ist hauptversammlung wo über den vorschlag oder die forderung von david einhorn diskutiert wird der will ja die die aktien gattungen aussplitten in eine dividenden orientierte und eine wachstumsorientierte aktie und gleichzeitig sollen zwei vertreter von einhorn in den aufsichtsrat wechseln es könnte durchaus für impulse sorgen und die aktie steht eigentlich kurz davor wieder diese 200 tagelie nach oben zu durchbrechen allerdings angesichts des etwas angeschlagenen gesamtmarkts glaube ich nicht dass es heute oder in den nächsten tagen der fall sein wird wenn doch dann hat der wert durchaus potenzial richtung 36 euro zu laufen würde auch passen wenn ein aktivistischer investor wie einhorn jetzt am werk ist dass sie durchaus neue impulse gegeben werden also mit einem kaufsignal im rücken könnte man hier durchaus eine erste position ansteuern das war's für den moment ich wünsche ihnen einen erfolgreichen handelstag auch wenn dieser etwas dürftiger ausfallen wird bis morgen abonniere im rücken